Hallo Fußballfans, hallo DFB-Fans, hier ist wieder Ralf Burkardus, meinem privaten Fußball-Trikot-Museum und heute stelle ich euch ein richtiges Schätzchen vor, und zwar ein Original-Trikot von der deutschen Fußball-Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft 1954 in der Schweiz und dieses Trikot trug Werner Kohlmeier im Vorrundenspiel gegen die hochfavorisierten Ungern. Leider ging das Spiel 3 zu 8 verloren und Werner Kohlmeier schenkte dem uruguayanischen Nationalspieler Julio Perez dieses Trikot, der in den 50er Jahren selbst Trikot sammelte. Über meine grandiosen Kontakte nach Südamerika bin ich an das Trikot gekommen, es stand aus dem Nachlass von Julio Perez. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!